Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich die Rotationskörperaufgabe in der Abschlussprüfung 2016 A3 gelöst hätte. Wir haben die Strecke AC gegeben, also hier diese Strecke AC ist 5 cm. Da können wir uns ja gleich merken, da die Rotationsachse durch MB geht, muss natürlich AN genauso groß sein wie DNC, weil es ja symmetrisch sein muss. Das heißt, wenn wir hier insgesamt bei AC 5 cm haben, dann ist AN 2,5 cm und NC 2,5 cm, das kann man sich dann gleich am Anfang mal draus erarbeiten. BM, das sind 4,5 cm, AN ist gleich BN, das ist eigentlich mehr ein Tipp, denn eigentlich ist es schon klar, denn hier haben wir einen Halbkreis und dadurch, dass der Radius überall gleich groß ist, muss AN gleich NB sein, genauso groß wie NC natürlich, nämlich in dem Fall genau 2,5 cm die Hälfte der Strecke AC. Das heißt, wir haben nicht nur AN gegeben, nicht nur BN gegeben, sondern wir haben auch NC gegeben. Und was dann noch dabei ist, ist der Winkel BFE, also der hier oben mit 77 Grad. Da das Ganze ja symmetrisch sein muss, weil es ja um die eigene Achse rotiert, muss es auf der anderen Seite auch nochmal 77 Grad haben, das schon mal vorab als Tipp. Als erstes soll man die Länge der Strecke FM berechnen. FM oder wir könnten auch sagen EM, das ist in dem Fall ja gerade wurscht, aber weil hier FM dran steht, suchen wir uns quasi ein rechtwinkliges Dreieck, mit dem wir hier Berechnungen anstellen können. Rechtwinklig ist klar, ist es hier bei der Rotationsachse. Und was haben wir in diesem Dreieck mit FM gegeben? Wir haben die Strecke BM und wir haben den Winkel mit 77 Grad. Das heißt, betrachten wir den Winkel 77, dann haben wir die Gegenkathete gegeben und wir suchen die Ankathete. Dementsprechend können wir den Tangens aufstellen. Der Tangens von 77 Grad ergibt Gegenkathete 4,5 durch die Strecke FM. Aufpassen, wenn ich jetzt hier auflöse, ich muss erst auf beiden Seiten mal FM rechnen. Dann steht Tangens 77 mal FM ist gleich 4,5 cm. Und dann teile ich durch Tangens 77, so dass dann dran steht, FM ist 4,5 cm durch Tangens 77 und das gibt gerundet 1,04 cm. Der zweite Teil war, man soll die Strecke GN berechnen. Da schauen wir jetzt einfach nochmal weiter. Die Strecke GN, die ist ja hier in diesem Dreieck hier unten gegeben. Da haben wir auch wieder den 77 Grad Winkel, denn das hier sind ja parallele Geraden, also die Strecke AC ist parallel zu EF, in dem Fall in Strecken, aber man kann sich das eben als Parallele denken. Und an parallelen Strecken oder Geraden sind das jeweils Stufenwinkel. Das heißt, der 77 Grad Winkel ist auch hier zu finden. Das heißt, wir sind in diesem Dreieck mit GN und wir haben hier gegeben die Strecke BN, denn das war ja genauso lang wie AN, also 2,5 cm. Also haben wir auch hier wieder einen Winkel, die Gegenkathete und suchen die Ankathete. Dementsprechend der Tangens von 77 Grad ist 5 cm durch 2, also die 2,5 cm durch die Strecke GN. Auch hier wieder zuerst GN nach links, dann Tangens 77 nach rechts. Einmal hier erst mit einer Multiplikation, dann mit einer Division und dann bleibt stehen, GN ist 0,58 cm. Bei der nächsten Aufgabe muss man noch das Volumen des Spielzeugkreisels berechnen. Der Spielzeugkreisel, den man ja hier basteln soll oder der aus Holz bestehen soll, der besteht aus einer Halbkugel, denn wenn das hier rotiert, dann entsteht nicht eine Kugel, sondern nur eine durchgeschnittene Kugel, also in der Mitte durchgeschnittene Kugel, also eine Halbkugel. Das, was hier oben da rauskommt, das ist noch ein bisschen was anderes, denn das ist ja quasi ein abgeschnittener Kegel. Man nennt das auch einen Kegelstumpf, also nicht der ganze Kegel ist beim Volumen dabei, sondern nur dieser Kegelstumpf da oben. Und das berechnet man, indem man den großen Kegel minus den kleinen Kegel rechnet. Also der Gesamtansatz lautet, der Kreisel wird berechnet durch eine Halbkugel, durch das Volumen der Halbkugel, durch das Volumen des großen Kegels minus das Volumen des kleinen Kegels, weil dieser Bereich ja schon in der Halbkugel mit drin ist, brauche ich den am Schluss nicht mehr, den muss ich abziehen, wenn ich von beiden das Volumen berechnet habe, weil sonst einmal das Ganze zu viel ist. Die Halbkugel berechne ich ja mit 0,5 mal 4 Drittel R hoch 3 mal Pi, bis zu 0,5 oder ab der 0,5 ist es ja die ganz normale Kugel, das Volumen der Kugel und die 0,5, das macht das Ganze zu einer Halbkugel. Ich habe hier alles gegeben, nämlich die 2,5 als Radius a n, das heißt, ich setze das hier in Klammern hoch 3, damit auch schön meine Kubikzentimeter rauskommen, aufpassen, dass ich hier auch das 2,5 hoch 3 setze, das wird immer häufig vergessen und man schreibt den 3er bloß an die Zentimeter hin. 2 Drittel mal 2,5 hoch 3 Kubikzentimeter mal Pi gibt für die Halbkugel 32,72 Kubikzentimeter. Der Kegel, der große, da brauche ich ja einerseits den Radius und andererseits die Höhe, denn immer bei jedem Kegel ist es ja so, dass ich ein Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe nehme. Die Grundfläche ist ein Kreis, dementsprechend ist die Grundfläche R² mal Pi und die Höhe, die haben wir gegeben mit BM, die war 4,5 und der Radius EM ist ja das gleiche wie FM, das ist 1,04. Also haben wir ein Drittel für den Kegel mal den Radius zum Quadrat mal Pi, das ist die Grundfläche der Bereich, mal die Höhe ergibt das Gesamtvolumen des großen Kegels und wenn ich das gleiche mit dem kleinen Kegel mache, nehme ich quasi diesen Radius und nur diese Höhe, Bn ist ja bekanntlich 2,5, das war ja die Hälfte von AC, nämlich der Radius An oder eben Bn, erhalte ich das Volumen von meinem kleinen Kegel und wenn ich das Ganze jetzt zusammenfasse, also 32,72 plus 5,10 minus 0,88 erhalte ich das Volumen für den Kreisel 36,94.